hallo liebe freunde hier ist wieder euer johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren background commentary wir sind wieder im arati becken immer noch meine sache als eins der schönsten bg's also spielen ja gut machen wir mal durch bei mir hat sich nichts geändert im vergleich zu vorherigen video alles gleich also bg commentary natürlich alles gleich oh wie sieht der denn aus war nicht schlecht irgendwie holzfäller style oder so schauen wir mal auf die gegner auch wieder zu schön aufgeteilt zwar die case drei droiden zwei schurken auch vier hunter hätten mehr sein können nachwaffen und brunnen natürlich nicht wundert mich auch nicht irgendwie hexer gründen wir mal toll so fracht vielleicht gegen mehr drohen es wäre sehr toll und sehr nett aber heute sind wir nicht so nett als 6 gut tschuldigung es ist wieder spät auf jeden Fall 2 mal gucken was heute wird das letzte haben wir gewonnen eigentlich ganz gut ein bisschen gezackt, ein bisschen geholfen Einzelangriffe, ja ok der ist da aber das liegt mir wieder einfach das ist clever ja gut so kann man dem eigenen team auch nicht helfen wenn man es könnte aber man muss ja nicht ja so sind die leute teilweise heute wir gehen wieder zum sägewerk hoch da wird uns wahrscheinlich an zerg erwarten ja da kommen sie hoch, oh da kommen sie hoch der kommt noch mit jup wir sind einige wir sind einige das heißt wir stellen am besten immer mal hier die schlachtstandarte hin die kse waren witzig komm hau dann cd, ach schon mal gleich tap cd ist raus, geil so der Pally kriegt einen Stun gibt AE Stun und du kriegst ihn ins Gesicht, hier Hunter dann mit ach geil, inline scheiß, das hat natürlich auch gepasst das wird heftig Gehen wir mal den Hunter damit der Pally wissen was zu tun hat den Feral tun wir mal angreifen Stun das wird nicht mehr, lang halte ich das, ok ich bin alleine hier schön zu wissen oh jetzt hast du Babbelt du wolltest eigentlich gerade die Babbelt drücken, gut ja wenn die Deppen da hinten alle kämpfen dann kann ich da alleine nicht viel reißen gegen was machen wir uns, 1, 2, 3, 4 Leute das wird schwierig tja, wenn die noch nicht da hinten gewesen wären hätten wir da oben vielleicht was reißen können so haben die Alice es jetzt getappt, prima naja gut was haben wir, Hof, Schmiede immerhin hm 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 Moment, jetzt hat das wieder verrutscht ah mit's um, Dickschädel verrutscht das, wenn's zu groß eingestellt wird so irgendwie, mal Waffen gehen wir mal mit äh genau, jetzt kommen die nämlich hier runter wollen uns hier was streitig machen was haben wir denn hier, können wir denn helfen dem können wir helfen Liga bringt uns dann feige Drecksau da ist der Pali wieder ah komm, wir müssen ah, fuck Bubble das wollte ich eigentlich ja, nee, das wollte ich eigentlich nicht ich will hier weg, 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 weg sag mal, wie viel Slows haben die denn noch du scheiß Farrell ich hasse Farrells erklär mir doch mal bitte einer warum man von Farrell nicht wegkommt nein, das war schon ich hab's noch gesehen na, ich frag jetzt wahrscheinlich ja was war denn das Pali, okay, Pali hat noch Flügel gehabt ja, aber so geht's, ne dumm, 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 dumm hätte man da oben nur gescheit gespielt hätte man jetzt das Problem hier nicht tja, solange da auch niemand was dagegen tut ach du Scheiße, sind hier viele aber auch ein bisschen Anti-Tap vielleicht können wir ja was reißen ich glaub's zwar nicht den können wir irgendwie nee okay, gut, das ist abgefahren ja das passiert davon aber wir haben drei Punkte gut, wir verlieren jetzt hier gleich einen außer die können ja nochmal Anti-Tap fahren nee, können sie auch nicht lang, oder? wir versuchen's nochmal geben halt ein paar Mal drauf, was soll's Anti-Tap ist Anti-Tap den haben wir geholt dann holt er ein bisschen down Pali kriegt ein Stun ich zimmer mal ein bisschen drauf ein vielleicht können wir irgendwas reißen wahrscheinlich nicht oh, hätte ja sein können immerhin haben wir ein bisschen Druck gemacht ey, hallo, weglegen prima ja, dann sterbe ich jetzt halt ein bisschen ich kann's nicht ändern ist halt so haben sie jetzt jetzt getappt jetzt immer nicht getappt sie haben vier Punkte geil was ist denn der Heiler da ist er die Drecksauer komm her ich mach mal den mal ein bisschen Druck unterm Arsch jetzt hol der ZDs an na, jetzt krieg ich hier die Schermi ja, das kannst du wieder vergessen war klar heute ist der Sterbe bei G4, gell? 5 schon! naja gut allerdingsens reiß ich mich hier zusammen und die haben's immer noch nicht getappt oh, ich hasse so Bilanzen weil's eigentlich nicht passt, aber naja gut man opfert sich halt mal muss auch mal sein er rennt mir jetzt halt ständig in den Tod aber der Gegner kommt nicht dazu zu tappen ist ja eh nicht wie im RBG da ist scheißegal ob man verreckt hauptsache die kommen nicht zum tappen die Zams ist scheiße dann kann ich abhauen das kriegen wir eh nicht dafür sind die im Zerg zu stark ja natürlich du kannst mich von dahinten treffen warum haust du jetzt an wie scheiße ist denn das? jetzt hau da ab ach du scheiße jetzt ist es hier Ink der Priester ist es der da na klasse hey, no comment, no comment das werde ich nicht übergeben ja, jetzt hübs auch nicht mehr ja klar wahrscheinlich 350.000 Exegg und ich bin so eine dumme Fähigkeit ach ja ich könnte jetzt wieder anfangen mich aufzuregen weil sowas Quatsch äh so Quatsch aber es bringt dir ja auch nix ja es bringt dir ja auch nix Blizzard hört ja eh nicht Blizzard designt einfach in manchen Dingen so bescheuert und fix ist dann mit total sinnfreiem Kram der dann naja gut was soll ich mich aufregen hab ich 07 oder 08 ach 06 sogar oh wir haben trotzdem 3 Stützpunkte und die Alice am 0 ja das gibt's hergebringt halt auch nicht über was und den können wir uns jetzt holen dann haben wir den wieder jetzt haben wir noch 3 was haben wir denn da Anta du brauchst hier gar nicht rumspinnen mein Freund du kriegst jetzt voll auf die Zwölf du bist als nächster dran ah die Tarot so feige Sau du brauchst nicht ab ah muss meine Statistik aufbessern ah ich bemühe mich oh der Scheiß ist hab ich nicht drauf geguckt er ist ja eben immun ich wundere nicht guck immer mal so rum ob da was kommt damit was vielleicht irgendwie Abfang angreifen haha geil hab mir sogar getappt haben wir noch Respawn gehabt nö komm halt mal den mal machen wir uns selber mal die Spillen nehm mal mit oh Gott oh Gott oh Gott Kalker sichtbar beide Schurken sind sichtbar wahrscheinlich kommen sie von da hinten dann gleich runter ist da nicht jemand eben gewesen ne doch nicht na na dann kann man doch jetzt oder ja ok da brauchen wir doch nicht hingehen ah der will ich auch nicht oh blöd da ist einer von uns müssten doch eigentlich alle da oben sein da ist ein Pally ein Schurke was ist denn da noch alles oh da sind schon mal O2,3,4 oh ja wie ist das lauf lieber komm jetzt sind wir mit ich mal weg hehehehe jetzt gibt's damage wahrscheinlich werde ich verrecken weil ich zu gierig bin kriege ich nicht inline ja jetzt habe ich ein inlineericht na super jetzt tunneln die den ah fuck jetzt habe ich natürlich jetzt habe ich na kacke ja wahrscheinlich werde ich das nicht überleben nein werde ich nicht überleben ja aber klar kacke man noch mal noch mal haben die den den heilschermann einfach umgezimmert äh gut der das hat der red nicht gemacht das war der der hat den leer gepurcht die Sau und schon verreckt er nicht das war nicht so gut hätte ich merken müssen aber ich war zu gierig ja es kommt davon wenn man versucht seine Bilanz aufzupolieren denn hätte ich das nicht gemacht dann ja also bin auch nicht perfekt mach genug Fehler bin auch immer egoistisch das ist halt scheiße gewesen das kostet auch eigentlich sogar wenn man ehrlich ist du bleibst hier gibst nochmals dann ich hab gesagt save by the light komm ich jetzt nicht raus was solls geh ich zurück das ist Quatsch mal hochziehen genau Dankeschön da ist ein Hunter der kriegt einen Richtspruch Pally kriegt einen Stun versteht immer ein Spickel ja das ist seiner ach man jedes mal ich denke immer ich kriege ihn noch wir können gleich wieder kicken oh vielleicht stirbt er ja noch stirbt danke liebe Hexer die Trap haben wir der ist immer ausgeglichen gekonnt ah da ist ein Red dann babbeln wir gleich sicher ist die Mutter der Porzellanen Kiste und ziehen wir Schaden ist das der Holy oh ich wollte mich gerade verarschen hier und rave ah wäre die sa er tut behindert alles könnten wir schaffen ich könnte jetzt gemeinsam die le pris benutzen aber ich heille mich lieber vor seinen aug w Boah, jetzt mach ich aber die See-Bubble. Machst du was weg? Es sperrt mich ab. Wieso? Achso, es ist ja im Magen. Du Arschloch. Nö, 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 so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Schon wieder nicht. Steff doch irgendwann mal. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, jetzt kommt. Als hab ich Idiot, die Insigni, glaube ich, benutzt. Scheiß, das werde ich nicht überleben. Jetzt kommt der Hammer. Haha, scheiße. Das, ah, nein. Ja, der Disconnect, nein. Ich dachte, er hat jetzt deswegen Disconnect. Schade. War aber schön. War aber schön. Es wäre jetzt extrem geil gewesen, wenn ich das Dinty Kate doch irgendwann mal getötet hätte. Das ist eigentlich auch abartig. Was ich da am Heilen bin, du, der verreckt einfach nicht. Ah, er kann mich inline kicken. Er kann mich da kicken. Ich kann die Leute irgendwie nicht kicken. Mit dem hier. Da ist er. Pff, keine Ahnung, wahrscheinlich war meins irgendwie. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ach, da ist er. Zapp. Zapp. Jetzt holt mich keiner raus. Könnte mich ja einfach mal einer, ne? Mit irgendeinem OP-Spell rausholen. Was ja ganz normal funktioniert. Komm her. Fett. Ich brauch... Oh, ich wollte auch Verteidigbewachter aufbauen. Mh, Menno. Äh, da ist... Trap. Da ist Ink. Wir haben vier Stützpunkte. Oh, da oben ist keiner. Gehen wir doch mal hoch. Erst haben sie jetzt getappt. Waren wahrscheinlich die beiden. Ich vermute, dass es waren. Also der Red und der... den Karl-Druide. Arschloch. Noch einer. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Du Spaten. Geh mir doch in den Sack. Was? Ich hab den noch gestunt. Ich hab den noch gestunt. Hallo. Schon was von Spielbeschernig gehört? Du blöde Affe. Alter Schwede hier. Da staub ich dich wegensers ab. Schade. Ich glaub... Ich glaub's ja nicht. Der läuft einfach weiter. Boah, der hat Insta in Siege gezogen. Mir wird's nicht angezeigt. Boah. Das war extrem knapp. Oh, komm. Voll, 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 voll. Klopp. Das reicht. Da ist nix. Da ist nix. Ja, dann haben wir gewonnen. War die Bilanz nicht auffolieren können. Macht aber nix. Damage. Miel schön aufgeholt. Ja, was haben wir jetzt gewonnen? Knapp 900 zu 500. Ist doch in Ordnung. Kann man nicht meckern. Sieg ist Sieg. Im Fußball fragt auch keiner, wie man mit dem 1 zu 0 gewonnen hat. Ob's schmutzig war oder per Elfmeter. Man hat einfach nur gewonnen. Ja, in diesem Sinne wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, dann ab damit in die Kommentare. Diskussionsfunktion benutzen. Auf Twitter und so weiter und so fort. Ähm, ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.